Seid gegrüßt die Abenteurer und willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Wir sind zurück in Immerlicht, um uns mit einem geheimen Botschafter zu treffen. Und was soll ich sagen, wir wissen schon, dass der Botschafter niemand geringeres als Bertrand ist. Und ich hoffe, er will uns nicht in eine Falle locken. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde es schön, dass das Spiel auch diese kleinen Charaktere eben nicht vergisst. Und ich denke, dass Bertrand, also Bertrand war eigentlich immer auf unserer Seite. Dementsprechend kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass er uns verraten möchte. Ja, er will sich nämlich wirklich im Geheimen mit uns treffen. In dieser komischen Seitengasse. Er will, dass niemand von der Reinheit ihm sieht. Und deswegen ist er auf unserer Seite. Ja, nein, das ist kein Hinterhalt. Der Bote weiß nicht, dass ich hier bin. Und sollte er es herausfinden, naja, dann würde es ziemlich ungemütlich werden. Es tut mir leid, was Lakaien dir angetan hat. Das mit deiner Mutter, dass er versucht hat, dich zu töten. Es ist schrecklich. Ich glaube ihm. Wusstest du, was er vorhatte? Nein. Er hat immer nur in den höchsten Tönen von mir gesprochen. Und das, obwohl du ein Magier bist. Ich glaube, niemand in der Reinheit kannte den ganzen Plan. Aber jetzt ergibt natürlich alles einen Sinn. Er braucht die Macht der former Frau, um das Tor zu öffnen. Indem du den Boten zu ihr geführt und dem Blutbrand ein Ende gesetzt hast, hast du deine Rolle im göttlichen Plan des Altvaters erfüllt. Genau wie der Bote es vorhergesehen hatte. Ich verstehe nur nicht, warum er versucht hat, dich zu töten. Naja, das ist recht offensichtlich, weil wir gefährlich für ihn sind. Für seinen Plan. Die former Frau ist meine Mutter. Vielleicht, weil er ein machthungriger Fanatiker ist. Die former Frau ist meine Mutter. Die former Frau ist meine Mutter? Ich weiß. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer das für dich ist. Aber sie war auch für den Blutbrand verantwortlich. Kommen wir zum Punkt, Bertrand. Warum bist du hier? Hast du die Reinheit verlassen? Was? Nein, natürlich nicht. Ich... Ich bin hier, weil ich mir Sorgen um dich mache. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr wollt Grauford zurückerobern. Aber du kannst diese Schlacht nicht gewinnen, Tahar. Alles, was du erreichen wirst, ist noch mehr Leid zu verursachen. Aonir wird wiederkehren. Es ist ein göttlicher Plan. Und wir, die Reinheit des Lichts, stehen in der Verantwortung, ihn in die Tat umzusetzen. Je länger ihr euch wehrt, desto mehr Blut wird euretwegen vergossen werden. Unseretwegen? Wir haben das Ganze nicht angefangen. Unseretwegen? Wir sind nicht diejenigen, die Magier töten, Städte erobern und anderen unseren Glauben aufzwingen. Verdammter, Tahar! Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Glaubst du denn, mir macht das Spaß? Ich weiß, dass der göttliche Plan uns Dinge zu tun abverlangt, die nach außen hin grausam wirken müssen. Aber was Menschen wie du nicht verstehen, ist, dass es den Hören wohl dient, um es mit den Worten des Boten zu sagen. Die Verderbtheit unserer Welt gleicht einem Geschwür, einem krebsartigen Gewächs. Die einzige Möglichkeit, sie zu ändern, besteht darin, das Geschwür herauszuschneiden. Und das ist nun mal eben schmerzhaft. Also ja, Tahar, ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, für die wir das personifizierte Böse sind. Aber das liegt daran, dass sie einfach nicht in der Lage sind, die größeren Zusammenhänge zu erkennen. So kann man sich alles schönreden. Naja, wenn wir uns mal Spellforce 1 in Erinnerung rufen, da hat niemand die Reinheit des Lichts besungen. Tja, Bertrand. Aber wir nutzen ihn nicht, weil wir uns weigern zu verstehen. Tja, aber selbst wenn ich dir recht geben würde, es gibt keine Lösung für diesen Konflikt. Der Boot hat Mulan-Tier angegriffen und will jeden Magier auf Eo hinrichten lassen. Wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen. Doch, habt ihr. Ihr könnt fliehen. Was? Ich sagte, ihr könntet fliehen. Du und deine Freunde. Löst deine Armee auf und versteckt euch irgendwo, bis es vorüber ist und der Allvater zurück in unsere Welt gekehrt ist. Dann wirst du endlich erkennen, dass wir recht hatten. Und niemand muss mehr sterben. Das ist eine Schwachsinnsidee. Das ist eine komplett doofe Idee, weil in der ganzen Zeit, in der wir weg sind und nichts aktiv tun würden, Unschuldige sterben, und zwar haufenweise. Abgesehen von denen, die sich weigern aufzugeben und die Reinheit des Lichts weiter bekämpfen. Sie könnten deinem Beispiel folgen und ebenfalls ihr Heil in der Flucht suchen. Und wenn sie auch nur einen Funken Vernunft besessen, würden sie das auch tun. Nur ein Narr versucht, einen Troll mit einem Holzschwert zu bekämpfen. Ähm, wir sind mächtiger, als du denkst, Bertrand. Was würde der Bote tun, würde ich ihm von diesem Treffen erzählen? Das wirst du nicht. Ich kenne dich, Taha. Du würdest ja vieles tun, aber du würdest niemandem in den Rücken fallen, der versucht hat, dir zu helfen. Vor allem nicht mir. Du weißt, was wir beide zusammen durchgemacht haben. Die Reinheit ist eine Gefahr für EO. Er hat noch immer meine Mutter. Ja, hat er. Und die Reinheit ist auch eine Gefahr für EO. Stimmt beides. Ich kann nicht, Bertrand. Ich möchte diesen Krieg genauso wenig wie du, aber Lakaien hat noch immer meine Mutter. Ich muss sie retten. Ich habe mir gedacht, dass du das sagen würdest. Dann bedeutet das wohl, noch mehr Blut vergießen. Wir zwei auf verfeindeten Seiten. Ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so weit kommen könnte. Leb wohl, Taha. Was ist? Leb wohl, alter Freund. Ich schätze, die Gräben, die hier geschlagen wurden, die sind einfach zu groß. Es gibt keine Möglichkeit einer friedlichen Übereinkunft. Das heißt Krieg. Tja, Bertrand. Es ist zwar schön, ihn nochmal zu sehen, aber... Wir können nichts tun. Wir können einfach nichts tun. Um das auch nur irgendwie besser zu machen. Dementsprechend, ja, wir sind auf eine Stufe aufgestiegen. Wir sind verdammt weit aufgestiegen, sehe ich gerade, nur durch diesen Dialog. Das überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen. Bedeutet aber, dass wir... Ja, nochmal hier schön einen Punkt vergeben können. Und ich gehe jetzt mal auf entfesselter Zorn. Damit wir beim nächsten Mal hier anfangen können, unsere Mega-Talente hier irgendwie... ...auszuwählen. Ich weiß nicht, ob ich auf Konstitution oder auf Willenskraft gehen soll. Konstitution und Willenskraft, das sind auch die... ...die hier ein bisschen die Aura noch verstärken. Ich nehme mal Konstitution. Konstitution. Entfesselter Zorn nehme ich jetzt natürlich auch mit rein in die Aktien. Welche Aktionsgruppe eigentlich hier in die Aktionsgruppe? Zwei. Meine anderen Helden wollen auch eine Stufe aufsteigen. Iskrim. Ja, was machen wir mit Iskrim? Iskrim könnte auf Konstitution gehen. Könnte aber auch auf Willenskraft gehen. Stärke ist jetzt nicht unbedingt so richtig sein Ding. Wir gehen auf Willenskraft. Den Fertigkeitspunkt... ...könnte man auf Ruf zu den Waffen machen, ja? Das ist dann eine Aura. Er zeugt zeitweise eine Aura, die euch und Feinden in der Nähe in regelmäßigen Intervallen mit Tanzungen versorgen. Die euch und Feinden in der Nähe? Damit ist wahrscheinlich Freunden in der Nähe gemeint. Ja, geil. Jetzt ist Iskrim der Nächste. Er ist einfach der Nächste mit einer Aura. Es ist einfach krank, oder? Es widert mich wirklich ein bisschen an, muss ich sagen. Es ist einfach unfassbar. Es ist, wie die aussehen. Es ist eine einzige glühende Gruppe. Von Superhelden. Mal sehen, ob sie auch noch... Die kriegt doch bestimmt auch noch irgendwie eine Aura hin, oder? Kriegen wir das? Tiara Schild vielleicht? Als Aura? Könnte das sein? Könnte das eine Aura werden? Ich weiß es nicht. Ich ruf habe nie. Was ist denn da die dritte? Heilende Fertigkeit kostet weniger, um gewirkt zu werden. Und eure Zauberkraft wird um ihre Ablehnzeiten reduziert. Kann ich zusammen mit Türo von ihr Anzuhal verwendet werden? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll. Es ist ja ein Bonus. Es ist ein Bonus. Naja, wie auch immer. Wir gehen weiter auf Willenskraft. Was haben wir denn jetzt bei Angare, meinem Freund? Oh, der könnte außerdem vielleicht eine Böschere Waffe haben durch Bonus-Grohschweren. Und Sarachs Klaue ist natürlich... Der ist natürlich... ...ne Ansage. Die Weisheit des Vaters. Eure Ziele treffen ein zusätzliches Shit-Ziel. Das Ding ist eigentlich ziemlich geil. Ich meine, es sieht ein bisschen Billow aus, wenn man mal ehrlich ist. Das macht auch aus irgendeinem Grund weniger Schaden. Ach, weil... Ah, weil der Scaling-Attribut Geschicklichkeit ist. Okay, dann ble... Wir bleiben dann doch bei dem Schwert. Wir wollen nämlich Damage machen. Okay, er braucht Willenskraft tatsächlich, um seine Aura hier ein bisschen stärker zu machen. Fertigkeiten, er wieder erhöht eure Chance auf Kritik. Da wird es nicht bei jeder erfolgreichen Angriffsabwehr haben. Das ist ein Bonus. Eigentlich sollten wir das nehmen. Zumal die Block-Chance jetzt nicht so gering ist. Regeneriert, wenn außerhalb des Kampfes. Irgendwie steigen ständig hier meine... Aber nur hin und wieder kann es sein, dass wir mittlerweile zu viele Auren haben. Und es deswegen einfach nicht mehr funktioniert. Ich meine, er alleine... ...hat zwei Auren. Iskrim hat eine Aura und ich habe drei Auren. Es sind sechs Auren, die gerade aktiv sind. Verbessert permanent eure Abwehrchance mit zweihändigen Waffen. Auch das ist geil. Okay, das brauchen wir definitiv. Wie ist es denn, wenn ich jetzt hier... Ja, okay, dann ist das sowieso alles ganz anders. Wir können zurzeit nicht nach immerlichem Versteck reisen. Eins... ...hier... ...hier... ...zwei... ...sieben... ...sieben... ...nichts passiert. Schade. Eins... ...vier... ...sieben... ...zwei... ...auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich in dieses dumme Versteck reinkommen soll. Aber auf jeden Fall... ...ist damit dieser Quest abgeschlossen. Und wir gehen zurück zur Weltkarte. Übrigens haben die etwas total Sinnvolles mittlerweile ins Spiel gepatcht. Etwas, was mich immer so ein bisschen genervt hat. Ich hoffe, ich kann euch das gleich mal zeigen. Es erleichtert auf jeden Fall das Gruppenmanagement auf jeden Fall. Ja, ihr seht es schon. Wir sehen hier unsere Helden. Und wir können unsere Gruppe tatsächlich jetzt über dieses Menü einfach ganz normal... ...managen. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also mir gefällt das gut. Ich finde das sinnvoll. Das heißt, wir können jetzt hier reingehen und tatsächlich auch sogar ins Inventar gehen. Was machen wir denn mal bei ihm hier schön? Bei ihmchen. Ja, blöd ist nur, dass die Tooltips nicht funktionieren. Ist euch das klar? Ich hoffe, es ist euch klar. Vielleicht bei einem anderen Helden. Ich will das noch nicht an... Nein. So, danke. Vielleicht bei einem anderen Helden. Nee. Nee, die Tooltips funktionieren noch nicht. Dann ist es natürlich nicht ganz so sinnvoll. Aber wir sehen immerhin, welche Charaktere in der Stufe aufsteigen könnten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich jetzt als erstes hingehen möchte. Ich würde tatsächlich sagen... Wildnis des Kandas ist natürlich auch interessant mit Uttran. Aber mich lacht irgendwie Alt-Halayasch an. Wenn die Sonne auf den türkisen Marmor von Alt-Halayasch scheint, fällt es schwer, keine Bewunderung für das zu hegen, was einst die größte hybernische Stadt auf EO gewesen ist. Lediglich ihre Entstehungsgeschichte vermag den Enthusiasmus eines Entdeckers zu mindern. Wie die meisten hybernischen Städte ist auch sie auf den Schultern von Sklaven errichtet worden. Neben Quest verdorbene Herzen. Reisen wir dorthin. Und ich denke, wir behalten die Gruppe tatsächlich auch bei. Denn im Prinzip ist die ja nicht sehr aktiv gewesen auf Immerlicht. Und ich möchte Angar unbedingt auch im Kampf einmal anschauen. Wenn die Sonne auf den türkisen Marmor von Alt-Halayasch scheint, fällt es schwer, keine Bewunderung für das zu hegen, was einst die größte hybernische Stadt auf EO gewesen ist. Lediglich ihre Entstehungsgeschichte vermag den Enthusiasmus eines Entdeckers zu mindern. Wie die meisten hybernischen Städte ist auch sie auf den Schultern von Sklaven errichtet worden. Auf jeden Fall bekommen wir nach Alt-Halayasch die Unterstützung, die weitere Unterstützung der Elfen. Und das wird sich dann so äußern wahrscheinlich, dass wir in T3 kommen. Und dann auch die meiste Einheiten bauen können. Da vorne, das müssen sie sein. Sagt nicht, dass ihr falsch liegt. Aber vielleicht war jetzt nicht die beste Zeit, um Aufruhr unter euren Leuten zu riskieren. Denkt ihr nicht? Ich konnte nicht wissen, dass so etwas passieren würde. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, es spielt keine Rolle. Scheint, als seien eure Verbündeten eingetroffen. Ihr seid Taha, oder? Silberhand ist höchst erfreut, euch zu treffen. Vorsicht, Taha. Die Aura dieses Mannes ist überwältigend. Das ist es in der Tat. Aber das heißt nicht, dass er euch schaden möchte. Hä? Silberhand ist übrigens auch ein zukünftiger Zirkelmagier. Kann es dann sein, dass er noch in unsere Gruppe kommt? Weil es ist da noch ein Platz frei, theoretisch. Was war das? Habt ihr gerade... ...euch eine Botschaft geschickt? Ja. Er ist ein Traumflechter. Aber macht euch keine Sorgen. Das bedeutet nicht, dass er eure Gedanken lesen kann. Alles, was er tun kann, ist sie euch zu transferieren. Und das auch nur dann, wenn ihr in seiner Nähe seid. Okay, er spricht von sich in der dritten Person und da er ein Traumflechter ist, und das ist Jana ja schon, kommt er wahrscheinlich nicht in unsere Gruppe. Er? Er. Silberhand. Der Mann, mit dem ihr sprecht. Ähm, in Ordnung? Wer seid ihr? Nennt ihn einfach Silberhand. Die meisten Leute tun das. Er ist ein Freund der Elfen. Wie man sagen könnte, insbesondere der Moor hier. Und er ist hier, weil sein Freund Waden Merelit ihm erzählt hat, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Alan Finrior, der erste Augur Latvains, ist verschwunden. Weggelaufen trifft es besser. Aber unterhalten wir uns im Außenposten. Folgt mir. Aber ich will nicht folgen, die gehen automatisch mit. Er? Das finde ich doof. Aber gut, er ist nicht so weit weg. Hm. Vielleicht... Wo fangen wir an? Die Verderbnis hat wieder zugeschlagen. Härter als je zuvor. Was? Ich dachte, wir hätten sie gebannt. Habt ihr. Aber nur zeitweise. Nachdem ihr gegangen wart, kam die Verderbnis mit doppelter Wucht zurück. Wir haben bereits über ein Dutzend Jäger verloren. Dann, eines Nachts, ist Alan Finrior verschwunden. Einfach so. Warum? Tja, er hat eine Nachricht hinterlassen. Um die Verderbnis zu heilen. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb er geflohen ist. Er hat es Warten noch nicht gesagt. Aber er kann es spüren. Ah. Verstehe. Dann seid ihr also hier, um Alan zu finden, richtig? Und dafür braucht ihr unsere Hilfe. Ja. Trotz Silberhand und seiner Magier scheint der Dschungel gefährlicher, als erwartet zu sein. Es gibt die Verderbnis, die Spiritualmonstren und die Reinheit, wie sie sich selbst bezeichnen. Silberhand bevorzugt aufgeblasene Schafsköpfe. Und wie können wir euch behilflich sein? Indem ihr dasselbe tut, was ihr auch schon in Waldschatten getan habt. Die Ursache für die Verderbnis finden und ihr ein für alle Mal ein Ende setzen. Und natürlich Alan ausfindig machen. Wenn uns das nicht gelingt, bleibt uns keine Wahl, als unsere Truppen, die euch momentan unterstützen, wieder zurück zu beordern. Mal ganz davon abgesehen, dass die Verderbnis sich weiter ausbreiten könnte, wenn wir ihr keinen Einhalt gebieten. Was, nachdem dieses Land gerade erst den Blutbrand überstanden hat, eine mehr als nur unglückliche Entwicklung wäre. Was die Reinheit hier tut, naja, wahrscheinlich macht sie irgendetwas in den hibernischen Ruinen vielleicht. Was hat die Reinheit hier zu suchen? Ich weiß es nicht. Sie scheinen friedfertig zu sein, sofern das ein Wort ist, das man im Zusammenhang mit der Reinheit verwenden kann. Vielleicht werdet ihr es ja herausfinden. Gut. Wir werden den Dschungel nach Spuren von Alan und der Ursache für die Verderbnis absuchen. Ihr bleibt hier und beschützt das Lager. Das werden wir tun. Habt Dank, Taha. Wieder einmal wüssten wir nicht, was wir ohne euch tun sollten. Rührend. Rührend. Es ist gut möglich, dass Silberhand euch von Zeit zu Zeit kontaktieren wird. Wir werden sehen. In Ordnung. Tiara's Segen. Hm. Ja, Silberhand, wie gesagt, ein zukünftiger Zirkelmagier. Und ein sehr mächtiger obendrein. Also, wenn er nicht jetzt in unsere Gruppe, also zu unserer Gruppe stoßen wird, dann wird er das vielleicht in einem Add-on tun. Ich weiß es nicht. Möglich ist es auf jeden Fall. Aber wir scheinen nach und nach irgendwie alle Zirkelmagier zu treffen. Jetzt warte ich immer noch auf die Ankunft von Hokan Ashir. Wobei Hokan Ashir ist dem Zirkel, glaube ich, irgendwie mit als Letzter beigetreten. Also, ähm, dieser Mann kann in euren Gedanken sprechen? Scheint so. Er ist ein Traumflechter. So wie Iana. Hm. Roselich. Schon irgendwo, ja. Verstanden. Und da er dem Zirkel mit als Letzter hinzugekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es zu früh für ihn ist. Viel zu früh. Reinigender Schuss. Wird schon schief gehen. Für die Königin. Ja, äh, verlieren meine Leute gerade irgendwie überhaupt Leben oder so? Ja, doch. Tun sie. Ja, okay. Tun sie wirklich. Wie stark ist die Heilung? Oh, die Heilung ist gut. Jetzt ist die Heilung gut. Funken der Essenz. Ein Funken magischer Energie offenkundig durchdrucken von Essenz. Dem Allfeuer. Können wir mich damit verstärken? Gut. Auf jeden Fall ist das Lager riesig hier. Und wahrscheinlich durfte ich einfach nur keine Rasse aussuchen, weil es klar ist, dass ich hier die Elfen nehmen würde. Die Größe des Lagers spricht übrigens dafür, dass es eine schwere Map wird. Oh, wen haben wir denn da? Lesezeichen. Oh, wir haben hier Lesezeichen. Ja, wenn man mal ein Buch lesen will, ist das ja ganz gut. Was zum Verflucht? Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Weißroben? Ich gehöre zu den Elfen. Wer seid ihr? Ich? Ha, ha, ha. Nur ein Sammler. Edun Darel. Taha, was meint ihr mit Sammler? Ich, ähm, glaube er ist ein Schatzjäger. Schatz, das könnte man so sagen. Wenn man weiß, wo man suchen muss, sind diese Ruin echte Goldminen. Auch wenn diese Reinheitsfanatiker, die Tentakelmonster und dieser elende Nebel im Süden mir meine Arbeit in den letzten Tagen nicht gerade einfacher gemacht haben. Wir suchen nach hybernischen Scherben. Tun wir das? Irgendeine Idee, was die Reinheit hier treibt? Wisst ihr, was die Reinheit hier treibt? Nicht wirklich, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie nach etwas suchen. Vielleicht nach hybernischen Scherben. Aber ich weiß doch offiziell noch gar nichts von denen, oder? Darf ich einen Blick auf eure Schätze werfen? Ich habe Geld. Oh, ihr meint... Ha, sicher. Warum nicht? Seht sie euch an. Was hat der Typ denn? Wille des Verräters. Ring der Lebenskraft. 100 Lebenspunkte? Heilt 3 Lebenspunkte pro Sekunde. Ich meine, das ist schon recht stark, ne? Das ist wirklich, wirklich... nicht schlecht. Aber würde ich mir gerne aufheben. Kann mir das Ding eigentlich jetzt nicht leisten. Also theoretisch schon, aber nur theoretisch. Ich weiß nicht, ob er... ob er das wert ist. By the way, will ich... Iria eigentlich den Ring geben, den Tahar gerade trägt, mit der Zauberkraft. Intelligenz, Willenskraft. 1 plus 20 Fokus, das ist entweder für... für Untergast gut, oder für Iria. Und ich will ihr was Gutes tun. Ich will ihr wirklich etwas Gutes tun. Das wird nämlich beispielsweise noch mal ihre... ihre Heilung deutlich und deutlich verbessern. Wir kaufen uns den Ring jetzt. Wir kaufen uns diesen Ring einfach. Und ich werde dafür auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was hinlegen müssen. Ich meine, wir haben verdammt viel Zeug mittlerweile angesammelt. Und vieles davon auch doppelt oder in irgendeiner Form. Mehrfach zumindest. Und wenn man mal guckt, wir kommen da eigentlich auf eine ganz gute Summe, wenn man jetzt schon mal schaut. 17.000. Lederrüstung des Widerstands, Rekrutenkleidung, Schuppenpanzer. Helm der Rotte will ich jetzt auch langsam mal loswerden. Den hatten wir im Großteil des Spiels da irgendwie im Inventar hängen. Ich will die ganzen Rüstungen eigentlich nicht... eigentlich nicht unbedingt verkaufen. Weil da auch echt gute Sachen mit bei sind. Kann ich noch mal hier irgendwas gucken? Lindwurmfleisch. Pumafell. Wolfsfell. Giftbeutel. Das Goblinfleisch lassen wir unangetastet. Ihr wisst warum. Verstärkte Alamantierungplatte. Das brauche ich auch alles. Horn des Knochen-Nagers. Verbesserte Planken hatten wir ja glaube ich schon. Ah, den Rest kann ich auch drauflegen. So. Ja, jetzt haben wir diesen großartigen Ring. Wir könnten alle möglichen Leute damit ausrüsten, aber wir rüsten Taha damit aus. Ja. Der Gute. Der Ring der Lebenskraft ist einer der wenigen Artefakte, von denen man glaubt, dass er den wächtigeren Tiara gehört habe. Der Ring ist berühmt dafür, die Lebenskraft seines Trägers enorm zu stärken. Er vermag es außerdem zu verspüren, wenn der Träger Schmerzen erleidet und wirkt dann einen Heilzauber. Das ist einfach gestört. Das ist einfach richtig gestört. Ja. Dummerweise kann ich ihn jetzt nicht mehr nach hybernischen Scherben fragen. Aber ganz ehrlich, ich hätte das theoretisch sowieso nicht gekonnt, weil ich noch von hybernischen Scherben gar nichts weiß. Ich weiß noch gar nicht, dass ich die haben möchte. Wie soll ich also danach fragen? Oh Mann. Okay. Wie wär's mit der Erdrübe? Ja. Ein Blick auf meine Lebenspunkte verrät mir, dass da gerade gar nichts sinkt. In keiner Weise. Heiliger Schild. Ihr könnt meine Gruppe nicht töten. Es ist unmöglich. Es ist einfach komplett übertrieben. Sorry, aber diese Auren, das ist einfach, das ist doch gestört, oder? Da müsst ihr mir doch jetzt recht geben. Ich nehme nämlich jetzt mal die Auren raus. So. Jetzt habe ich keine Aura mehr. So, und das wollen wir jetzt mal vergleichen bei dem nächsten Encounter. Da werden wir mal sehen, was das eigentlich auslöst in einem. Wir haben jetzt unsere ganzen Schlagfertigkeiten, wie ist denn die Bastai? So, er hüllt sich jetzt in Stein und ist unverwundbar. Kann er denn noch, er kann in der Form offenbar auch noch attackieren. Unverwundbar. Zur Trümmerung, Spaltung, Ansturm. Mach mal Ansturm gegen den da. Wir können gerade leider gar nichts machen. Mach mal eine Erdrohne hier und mach mal Windball's gut. Ja, die Heilung von Iria ist mittlerweile echt krass stark. So, das Ding ist down. Also, ich habe jetzt erwartet, dass der Unterschied größer ausfällt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die mit Auren viel stärker sind. Kann jetzt vielleicht auch ein bisschen subjektiv sein. Vielleicht will ich einfach, dass sie stärker sind. Ich mag die Auren einfach. Was ist das? Was ist, was zur Hölle ist das? Ich möchte nicht darüber nachdenken. Ich will gehen. Wir können uns jetzt noch nicht darum kümmern. Nein, wir sind zu schwach dafür. Wir gehen erstmal weiter und gucken, ob wir den Ursprung der Verderbnis finden. Die Reinheit muss warten und die Kolosse muss... Verdammt. Das sind viele. Taha, Silberhand spürt eine Veränderung. Was passiert gerade? Abscheulichkeiten. Helft uns! Ähm. Why? Okay. Wie wäre es mit der Erdrohne? Prügelt sie halt ein bisschen durch die Gegend. Bums. Und. Ansturm auf den und Spaltung auf den. Bums. Okay. Das ist jetzt also hier meine kleine Truppe. Cool. Die werden jetzt natürlich auch alle von den Auren verstärkt. Das ist im Prinzip auch die Stärke der Auren. Sobald man irgendwie eigene Einheiten oder sowas hat, wird das einfach wird das einfach übertrieben. Was ist denn mit dem los hier? Haltrang Stab des Sadisten. Chance, Beeinträchtigung zuzufügen. Eure Angriffe treffen ein zusätzliches Ziel. Zweihändig Geschicklichkeit. Ein Stab, der jedem, der jenem vom Sadric, dem Schrecklichen, einen durchgeknallten Magier aus Kandern nachempfunden ist. Er nutzte ihn, um die Bewegungs, Bewegungsfähigkeit vieler Opfer gleichzeitig einzuschränken. Er pflegte dann, seine Opfer einzusperren und zu foltern, um seine dunklen Begierden zu stillen. Für gewöhnlich belassen es die Träger des Stabes, dabei ihre Feinde lediglich massenhaft zu leben. Okay. Wisst ihr, was mir gerade bei Taha auch klar wird? Er wird nicht sterben. Dann braucht er eigentlich auch das Artefakt hier nicht. Haben wir nicht eine bessere Rüstung? Vielleicht müssen wir... Ich will mit ihm eigentlich tatsächlich hier hochkommen. Auf Konstitutions- äh, 10 vielleicht noch. Und das schaffen wir mit den Tränken. Mit den Tränken können wir das schaffen. Und dann könnten wir auf die richtig fette Rüstung hier kommen und dann kann ihn nichts mehr töten. Nichts. Er ist einfach dann unbesiegbar. Immerhin haben wir jetzt ein bisschen Unterstützung bekommen. Warum ist Anga eigentlich so schnell? Elends Regen. Hat du das gesehen? Der Nebel hat sie getötet. Könnte das... Der Ursprung der Verderbnis. Ja, das ist gut möglich. Er trägt dieselbe magische Signatur wie die Tümpel in Waldschatten. Der Ursprung der Verderbnis. Ja, das ist gut möglich. Er trägt dieselbe magische Signatur wie die Tümpel in Waldschatten. Das hat Iria schon gesagt. Taha. Silberhand hat eben etwas gespült. Geht es euch gut? Ja. Ich glaube, wir haben die Quelle der Verderbnis gefunden. Wir kommen zurück zum Lager. Ah. Sehr gut. Wir werden euch erwarten. War das Silberhand? Ja, kommt. Hm. Gut, warum nicht? Ja. Mir scheint, diese Verderbnis hier ist wesentlich stärker als die in Waldschatten. Wir können da aktuell also gerade recht wenig tun. Und ich schätze mal, dass gleich der Strategie-Part der Map hier beginnt. Nachdem wir mit Silberhand gesprochen haben. Das sieht mir schon relativ T3-mäßig aus hier. Wachturm. Hier ist alles ja schon vorbereitet mit Häusern und Wachturm. Bauernruf. Was ist? Reden wir mit Silberhand. Silberhand hat erzählt, dass ihr die Ursache der Verderbnis gefunden habt. Stimmt das? Ich denke schon. Im Süden gibt es eine Gegend, die komplett von einer Art Nebel bedeckt ist. Er tötet jeden, der mit ihm in Berührung kommt. Hm. Und Alan? Irgendeine Spur? Leider nein. Aber wir haben Soldaten der Reinheit im Dschungel getroffen. Sie schienen nicht zu wissen, was es mit dem Nebel auf sich hat. Silberhand versteht. Nun, im Moment hat die Reinheit des Lichts keine Priorität für uns. Wir werden uns um sie kümmern, wenn wir die Verderbnis beseitigt haben. Dieser Nebel muss beseitigt werden. Was ist mit euch und euren Magiern? Könnt ihr ihn irgendwie bannen? Hm. Nein. Nein, Silberhand kann nicht. Aber er glaubt, dass es jemanden gibt, der es kann. Ihr klingt nicht gerade glücklich darüber. Tja. Wohl weil dieser jemand ein schwieriger Charakter ist. Und das ist noch freundlich formuliert. Er ist ein Priester Nors. ein Dunkelelf? Ja. Aber Silberhand kann sich außer ihm niemanden vorstellen, der in dieser Situation helfen könnte. Also müsst ihr ihn hierher bringen. Er lebt im alten Kloster. Das alte Kloster? Dann können wir ja, wir können vom Glück reden, dass er hier in der Nähe lebt. Das alte Kloster? Was ist das? Das wisst ihr nicht? Es war einst eine gewaltige Tempelanlage, die den Wächtergöttern gewidmet war. Aber sie ist im Sechsvölkerkrieg niedergebrannt worden. Heutzutage ist sie verlassen, abgesehen von ein paar Pilgern und einer Handvoll Priestern, die dort immer noch leben. Hm. Dann wollt ihr, dass wir dorthin reisen und diesen Priester davon überzeugen, nach Althalajasch zu kommen? Raid, ja. Sein Name ist Raid. Aber ja, das ist es, worum er euch bitten würde. Silberhand weiß, dass ihr schon weit gereist seid. Aber solange ihr keinen anderen Weg kennt, den Nebel zu beseitigen, ist Raid unsere einzige Hoffnung. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich hätte ihn jetzt anders ausgesprochen. Ich hätte ihn jetzt Wraith ausgesprochen. Hä? Denn auch das ist ein zukünftiger Zirkelmagier. Wraith Skadar. Ein Dunkelelf. Bewandert in der schwarzen Magie natürlich. Und soweit ich weiß, waren das insgesamt zwei Dunkelelfen im Zirkel. Raith Skadar und Zaha die Schlange. Und ja, das Spiel arbeitet gerade fröhlich alle Zirkelmagier ab. Aber das muss es auch, denn wir müssen ja irgendwie eine Bindung zu denen bekommen, denn es wird früher oder später zwangsweise in Spellforce 3 oder einem der Add-ons, warum sage ich eigentlich Add-ons? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so erfolgreich sein wird, aber es wird um die Gründung des Zirkels gehen und um den, ja, Krieg des Zirkels auch wahrscheinlich irgendwann. Findet den Priester Norse in den Klosterruinen. Schauen wir uns das mal an. Würdet ihr gerne nach das alte Kloster reisen? Aber klar doch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.